herzlich willkommen zurück zu shakes and fidget wo ich euch heute einmal das dorf vorstellen kann und somit präsentieren darf was euch alles so schönes erwarten wird in diesem video gehen wir einfach mal gemeinsam durch was denn alles direkt mit erstellung des charakters freigeschalten ist und worauf ihr am besten am anfang direkt achtet und am ende des videos zeige ich euch noch ein kleines dieser video mit inhalten die euch im laufe des games quasi im mid game und im endgame noch erwarten denn die inhalte existieren ja bereits bei shakes and fidget und alles was man dafür braucht sind eben bestimmte voraussetzungen die man im laufe des spiels eben freischalten muss das wohl coolste feature überhaupt in shakes and fidget ist meiner meinung nach diese sammel albums bibliothek denn hier habt ihr drei unterschiedliche sammelbücher in denen es gilt so viel wie möglich freizuschalten das ganze erhöht extrem den grind faktor von dem spiel und ist tatsächlich auch gar nicht so unrelevant denn das ganze sorgt dafür dass wenn ihr euer sammelbuch ab level 10 freigeschalten habt eben die möglichkeit habt eure attribute wie zum beispiel xp bonus generell eure attribute an sich zu verstärken und somit eben noch mal die chance habt euren charakter eben auf die nächste stufe zu bringen das ganze ist auch relativ vielfältig denn tatsächlich ist es so dass ihr im archivment buch eben die möglichkeit habt hier verschiedene reiter zu finden wo ihr eben schon seht was ihr machen müsst um das ganze zu bewältigen und könnt euch demnach sehr gut danach richten im sammel album indirekt jetzt wirklich darum rüstungsteile waffen und schmuck items eben zu sammeln und wenn man mal einmal drauf geht sieht man auch dass hier verschiedene buchseiten vorgegeben sind wo es eben darum geht verschiedene farben und varianten von diesen waffen zu finden und da bemerkt man auch gleich mal wie vielfältig dieses spiel wirklich ist denn es gibt nicht nur zwei oder drei unterschiedliche waffen es gibt wirklich 20 30 40 50 unterschiedliche varianten und das ganze noch in unterschiedlichen farben also ziemlich cool dargestellt das ganze auch mit so einer kleinen buchanimation echt fetzig neben der rüstung dem schmuck oder der waffen habt ihr auch noch die möglichkeit quasi auf unterschiedliche expeditionen zu gehen verschiedene dungeons freizuschalten oder zu entdecken eben verschiedene gegner noch mal zu suchen und ihr seht auch hier es gibt endlos viel zu tun und wirklich endlos viel zu entdecken bis ihr das ganze wirklich einmal vollständig habt habt ihr auch schon mal einen kleinen einblick über ein paar bosse die es denn so im spiel wirklich gibt damit ihr auch endlich versteht was ich damit meine wenn ich sage es gibt nicht nur ein oder zwei gegner sondern jeder gegner unterscheidet sich in irgendeiner art und weise zum letzten sammelbuch nämlich dem legendary sammelbuch möchte ich mich an der stelle noch nicht äußern da das ganze auch noch viel abenteuer und viele überraschungen für euch mitbringen wird aber ich kann euch nur sagen dass das auf jeden fall mein lieblings feature hier ist und euch definitiv auch richtig viel spaß bereiten wird wenn ihr euren charakter also erstellt habt werdet ihr sofort weitergeleitet ins spiel und steht quasi genau da wo wir stehen nämlich mit einer übersicht von dem ganzen dorf von vielen gebäuden und einer großen liste links an optionsfeldern die wir anklicken können wo wir erstmal ein wenig überfordert sind das ganze ist aber ein ziemlich cooles system denn tatsächlich ist das ganze nichts anderes außer dass wir links die wörter eben gekennzeichnet mit dem bestimmten gebäude auf der karte haben das bedeutet also tatsächlich dass wir auch die möglichkeit haben jedes einzelne dieser gebäude hier anzuklicken und damit zu interagieren das gleiche ist aber auch wenn wir links einfach auf dem reiter auf ein wort klicken kommen wir eben zu den damit verlinkten feld man sieht auch wenn ich jetzt hier auf taverne gehe dann leuchtet auch die taverne nämlich in der mitte der karte einmal auf und genau so gehen wir jetzt einmal vor wir sprechen eins nach dem anderen durch und gehen dazu direkt mal in die taverne in der taverne angekommen erwartet uns hier ein relativ gemütliches stübchen so wie man es auch wirklich im echten leben kennt dass man eben in eine gemütliche mittelalterliche bar geht dort die möglichkeit hat was zu trinken in der ecke erwartet uns hier ein kleiner glücksspieler bei dem wir eben genau auch diese möglichkeit haben nämlich glücksspiel zu betreiben natürlich alles nur in game und nicht mit echt geld und somit haben wir die chance tatsächlich unsere in game währung nämlich das gold an der stelle zu multiplizieren wenn wir eben den richtigen ball unter dem richtigen becher erraten zum anderen haben wir eben oben noch eine kleine stadtwache bei der wir uns wenn wir eben abends schlafen gehen nicht die ganze zeit wach bleiben müssen sondern hier einfach eine bestimmte wachzeit einstellen können als beispiel bis zu zehn stunden wo wir dann eben am nächsten tag wenn diese zehn stunden abgelaufen sind ein gold oder je nachdem wie hoch euer level ist eben eine bestimmte anzahl an golden münzen als belohnung bekommen hat also auch eine offline fahren möglichkeit für das spiel was ist denn jetzt aber eigentlich so die richtige hauptsache dieser taverne und wozu ist die überhaupt da denn das ganze ist nicht nur gut um eben seine münzen hier zu verdoppeln oder zu vervielfachen und eben einen offline dienst anzutreten im gegenteil erwartet uns hier nämlich tatsächlich dieses hauptziel des spiels nämlich können wir hier zur expedition oder besser gesagt auf bestimmte reisen aufbrechen wo wir eben verschiedene quests und belohnungen machen dafür können wir hier unsere junge dame einmal anklicken und diese zeigt uns dann eben verschiedene aufgaben an die zu erfüllen gelten an der stelle muss ich direkt sagen dass das ein neues system von shakes and fidget ist wo man hier oben rechts auch einen info button bekommt wo man eben die einzelnen funktionsfelder und möglichkeiten zur auswahl in den expedition selbst einmal durchlesen kann aber an der stelle wollte ich euch nun berichten dass ich zu diesem fakt hier nochmal ein externes video mache damit ihr hier auch genauestens bescheid wisst worum es da geht und was ihr da am besten machen sollte aber dennoch grob für euch erklärt sieht das ganze nämlich normalerweise ungefähr so aus dass ihr drei verschiedene missionen habt und ihr euch zwischen einer dieser drei missionen entscheiden könnt in dieser mission selbst wird quasi angezeigt was ihr für belohnungen bekommt das heißt wie viel erfahrungspunkte und wie viel goldmünzen und wie lange das ganze dauert und je nachdem wie lange das ganze dann dauern wird als beispiel mal zehn minuten habt ihr unten eine abenteuer lust dies aktuell mit 100 gefüllt und weist auf eure zeit hin die ihr insgesamt nutzen könnt um auf abenteuer zu gehen 100 sind in dem fall auch 100 minuten heißt wenn wir jetzt ein abenteuer haben was zehn minuten dauert dann wären hier von zehn minuten abgezogen und es sind nur noch 90 übrig das ganze könnt ihr am tag bist du zweimal neu auffüllen indem ihr nämlich einfach zum tavernen wird geht und hier an der stelle eben zehn getränke trinken könnt um das ganze eben zweimal voll zu machen somit habt ihr also eine tägliche questzeit von 300 minuten und könnt das ganze sogar noch im stall verstärken dazu aber gleich im laufe des videos neben der möglichkeit hier glücksspiel zu betreiben der stadtwache sein dienst anzubieten oder auf expedition aufzubrechen erwarten euch später im laufe des spiels ja auch noch schöne weitere optionen die man selbst in der taverne ausführen kann nämlich öffnet sich hier oben noch eine mysteriöse tür aber auch dazu kommen wir im laufe dieser videoreihe da die taverne aber nicht das einzige ist was uns hier als neuling erwartet würde ich sagen springen wir direkt mal zum nächsten punkt nämlich zu der arena ganz simpel erklärt ist so dass ihr in der arena immer drei gegner vorgeschlagen bekommt und an der stelle eben seht welche attribute derjenige hat und welche klasse derjenige spielt das heißt ihr könnt das ganze auch ziemlich gut mit euch vergleichen indem ihr mit der maus einfach über das bild von diesem fahrt und somit einen direkten vergleich habt und rechts sogar angezeigt wird ob ihr plus oder minus stats gegenüber ihm habt wenn ihr einen gegner dann besiegt habt dann kommen drei neue gegner und insgesamt könnt ihr am tag gehen kämpfe durchführen anschließend würde das ganze dann nur pilze kosten was quasi mit echt geld aufgeladen wird auch hier ist es so dass ihr im laufe des spiels noch eine externe funktion freischaltet in der arena selbst dazu wird sich dann im laufe des spiels hier unten eine münze einfinden wo ihr eine eigene arena managen könnt und dürft die ihr tatsächlich auch ausbauen könnt mit sitzplätzen verschiedenen popcorn ständen und 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 um euch so noch mal ein zweites einkommen im spiel selbst zu schaffen aber auch dazu nur ein kleiner einblick am ende im teaser video und natürlich extern noch mal ein gesondertes video wo wir das ganze genau unter die lupe nehmen wenn wir an dieser stelle angekommen sind als nächstes möchte ich ganz gern über den waffen und zauberladen mit euch sprechen denn das ganze bietet auf jeden fall eine ziemlich coole variante mit sich wie das ganze gestaltet ist denn hier habt ihr die möglichkeit eben für euren charakter shoppen zu gehen denn nicht nur in den expeditionen könnt ihr bei verschiedenen missionen oder quests auch rüstungsteile tränke oder schmuck erhalten nein das ganze könnt ihr auch in dem waffenladen erwerben das heißt ihr habt ihr die möglichkeit eben verschiedene oberteile schuhe arm beziehungsweise manschetten für eure rüstung zu besorgen aber eben auch waffen schulde und co das heißt hier könnt ihr immer mal schauen das ganze aktualisiert sich immer in einem bestimmten zeitraum und somit habt ihr eben die chance euer equipment stetig und ständig zu verbessern und zu verändern und ähnlich sieht das ganze im zauberladen aus denn tatsächlich gibt es hier einfach nur die gegen komponente von rüstung und waffen nämlich zaubertränke und schmuck das heißt alles was ihr im waffenladen nicht finden könnt könnt ihr eben hier im zauberladen und natürlich ist es auch so dass im waffen und zauberladen noch das ein oder andere feature im late game oder auch mit game schon versteckt ist aber auch wieder dazu mehr in den weiteren videos oder vielleicht auch besser gesagt schon in dieser video am ende hier ist noch wichtig dazu zu sagen dass man die möglichkeit hatte tatsächlich in shakes und fidget auch in tränke zu nehmen man hat dafür drei slots und kann somit drei unterschiedliche tränke zu sich nehmen hier ist es so dass man natürlich auf sein main attribut achten sollte und logischerweise einfach seine verteidigung beziehungsweise hp push wenn man also jetzt wie wir an der stelle hier kundschafter ist dann sollte man darauf achten dass man die tränke geschicklichkeit hit und ausdauer push das sieht man wenn man mit der maus drüber fährt meistens ist es so dass die blauen tränke eben stärke tränke sind die grünen intelligenz tränke die roten tränke die rosernen hp tränke und die gelben eben die geschicklichkeit tränke das ganze könnt ihr auch rollen indem ihr dafür eben pilze nutzt um den job einmal zu aktualisieren und somit vielleicht schneller das zu bekommen was ihr wirklich wollt dann gibt es noch ein paar bestimmte spezifische items das heißt es gibt also auch besondere tränke die euch noch mal einen extremen hp boost geben und ein bisschen stärker sind als diese normalen tränke aber auch die schaltet ihr erst im laufe des spiels bei außerdem seht ihr jetzt noch was ganz besonderes im zauberladen in nämlich eine sogenannte treibsand uhr der ungeduld diese erlaubt euch quasi die wartezeit auf expedition zu überspringen das heißt wenn ihr jetzt eine mission habt die zehn minuten dauert könnt ihr diese lampen tatsächlich nutzen um in diese zehn minuten einfach zu skippen und somit die mission direkt zu überspringen eignet sich also perfekt mit jenigen die vielleicht nicht ganz so viel zeit haben am tag um jede viertel stunde wegen einer quest eben in shakes and fidget online zu sein was natürlich auch bei so einem super tollen spiel nicht fehlen darf sind natürlich reittiere und genau dafür ist das nächste icon nämlich der stall da denn hier habt ihr die möglichkeit eben verschiedene reittiere für euren charakter zu erwerben die euch eben an der stelle einen vorteil bringen wenn ihr auf expedition geht denn das ganze seht ihr schon selbst verringert eure reisedauer und somit eure zeit wie lange ihr auf expedition sein das bietet nicht nur den vorteil dass ihr schneller auf missionen wieder zurück seid sondern ermöglicht euch auch täglich mehr quest zu machen denn wenn eine quest logischerweise weniger zeit benötigt verschwendet das ganze auch weniger abenteuerlust und somit werdet ihr von anfang an und viel mehr farben können als diejenigen die eben ein schlechteres reittier oder gar kein reittier haben um euch an der stelle auch nichts vorenthalten zu wollen möchte ich das ganze auch wieder erwähnen dass es auch hier im späteren verlauf des spiels noch einen zweiten button geben wird wo man quasi eigene haustiere pflegen kann und das ganze sogar relativ vielfältig dadurch dass es da über 40 bis 50 verschiedene haustiere gibt und das in verschiedenen elementen noch mal abgegrenzt wird aber auch das seht ihr dann einmal kurz im teaser video angeschnitten als nächstes kommen wir wohl zu dem interessantesten punkt bei dem es überhaupt um shakes and fidget geht denn das sind die dungeons die jetzt aktuell noch nicht freigeschalten sind aber die im laufe des spiels einfach unendlich viel spaß mit sich bringen denn tatsächlich ist das so dass ihr in shakes and fidget verschiedene dungeon reite habt ihr seht das schon im hintergrund eben einmal die lichtwelt schatten welt das dämonen portal den märchenturm und 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 wo es eben unterschiedliche gegner gibt aber nicht nur verschiedene gegner sondern auch verschiedene etagen oder besser gesagt level stufen wo ihr immer zehn gegner drin habt und somit habt ihr eine unendliche auswahl an dungeon gegnern wo ihr wirklich eine lange zeit zu kämpfen haben und anders wie bei anderen spielen ist das so dass die dungeon gegner tatsächlich immer und immer und immer wieder neu sind das heißt die entwickler haben sich ja an der stelle wirklich sehr viel mühe gegeben und haben auch wirklich sehr hohe vielfalt eingesetzt denn tatsächlich ist es nicht so dass jeder zweite oder dritte dungeon gegner immer wieder gleich aussieht oder immer wieder die gleiche attacke macht sondern das unterscheidet sich wirklich ständig und stetig immer wieder der boss gegen den ihr an der stelle kämpfen müssen aber auch hier halte ich euch natürlich auf den laufenden sobald das freigeschalten ist schauen wir uns das ganze natürlich mal ein bisschen genauer an und nehmen das ganze mal dezent unter die lupe wie denn so eine karte richtig aussehen wird und warum diese dungeons bei shakes & fidget wirklich so toll sind wie ich es gerade hervorhebe der nächste punkt der erinnert uns so ein bisschen an clash of clans denn tatsächlich habt ihr auch die möglichkeit bei shakes & fidget in ein sogenanntes festungsmenü zu gehen das heißt im laufe des spiels schaltet ihr eine möglichkeit frei auf so einer wiese hier kleine gebäude zu errichten wie es eben auch aus clash of clans bekannt ist das heißt man fängt an mit einer festung zu bauen baut dann eine holzförderhütte und einen kleinen steinbruch farmt somit ressourcen und kann somit seine map erweitern indem man noch eine akademie kaserne und schützen gilden für eben kampfeinheiten eine mauer eine edelsteinmine um eben später eure items zu verbessern baut und 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 das heißt man hat hier sogar ein eigenes bausystem im spiel integriert was uns noch mal zusätzlichen spiel spaß bringt und noch mal zusätzlich skill erfordert da man sich mit dem ganzen auch ein bisschen beschäftigen muss und das ganze ist noch nicht alles in dem laufe des spiels werdet ihr auch hier eine münze und rechts sehen wo ihr tatsächlich mit der erfüllung von bestimmten bedingungen eben einen neuen zugang bekommen zu einer noch mal tieferen welt nämlich der sogenannten dämonen welt oder auch hölle genannt dort habt ihr dann die möglichkeit noch mal verschiedene dinge zu bauen aber auch da möchte ich euch nicht alles vorweg nehmen sondern das schauen wir uns ebenfalls gemeinsam an wenn wir das ganze auch erreicht haben um erstmal mit den grundlagen wirklich durch zu sein würde ich sagen gehen wir jetzt noch einmal auf unseren charakter um das ganze auch noch mal unter die lupe zu nehmen denn auch das bietet wieder die eine oder andere besonderheit ich habe nämlich im ersten video gesagt dass sich shakes und fidget so ein bisschen ähnelt zu bestimmten mmorpgs was relativ erstaunlich ist dadurch dass es ja eben in diesem stil gestaltet ist wie man das hier sieht aber deswegen hat man natürlich ja auch ein menü oder system was natürlich nicht fehlen darf denn man hat hier nämlich die möglichkeit verschiedene attributs punkte hoch zu skillen und somit seinen charakter in eine bestimmte richtung zu lenken das heißt anders als bei anderen spielen wo es festgelegt ist dass man bestimmte attribute nur auf bestimmten items beispielsweise finden kann ist es hier so dass ihr wirklich selbst herr der dinge seid und selber dafür verantwortlich seid was ihr an der stelle hoch gilt dadurch dass wir jetzt wundschafter sind habe ich euch ja anfangs schon erzählt müssen wir auf das attribut geschick achten und sollten somit eben hier das attribut geschick hochleveln und die nächste besonderheit die ihr hier an der stelle auch schon direkt bemerkt haben solltet ist dass das ganze nicht mit level punkten gelevelt wird das heißt nicht wenn ihr level up seid und ein paar lernpunkte kriegt um das ganze zu leveln sondern das ganze wird tatsächlich mit der ingame währung nämlich den goldmünzen gelevelt und wir haben somit die möglichkeit ihr hier seht direkt am anfang relativ viel input zu geben und somit das spielgeschehen direkt von anfang an zu beeinflussen zudem haben die entwickler das relativ einfach gemacht für die spieler denn tatsächlich ist es so wenn man mit der maus über dieses attribut hat dann sieht man hier auch direkt dass eben sogar eine kleine infobox vorhanden ist die beschreibt dass dieses attribut eben sogar für den kundschafter das haupt attribut ist und das finde ich auf jeden fall ziemlich cool denn so kann man sich auf jeden fall nicht ultra krass verskillen und ist am anfang direkt richtig positioniert das coole ist auch dass ihr euch selber entscheiden könnt wie das ganze gilt ob jetzt vielleicht mehr auf mit und ausdauer geht also krit in dem fall ist glück oder ob ihr wirklich auf puren schaden in dem ihr auf geschickt geht oder je nachdem wie ihr das ganze als gehen wollt außerdem sind attribute eben jetzt eigentlich für liga also für den schwertkämpfer nämlich das stärker attribut oder für den magier nämlich das intelligenz attribut nicht unrelevant sondern bieten euch tatsächlich sogar einen sehr großen vorteil denn mit diesen attributen die euch eigentlich augenscheinlich nichts bringen habt ihr hier die möglichkeit eure grundattribute so zu pushen um gegen diese klassen die dieses attribut als haupt attribut nutzen vorzugehen das heißt wenn wir jetzt stärke skillen oder intelligenz dann nutzen wir bei der stärke als beispiel eben die verteidigung die wir pushen um stärker gegen krieger zu werden wenn wir aber jetzt unsere intelligenz skillen dann haben wir einen höheren widerstand gegen magische fähigkeiten und halten somit länger gegen magier durch also ihr merkt schon das ganze ist ein ziemlich cooles durchstrukturiertes system und das wird im laufe des games auf jeden fall noch interessanter dadurch dass man eben mit den verschiedenen rüstungsteilen und werten arbeitet eben dass man im späteren verlauf des spiels sogar noch begleiter das heißt man kann sogar noch mit kompanions anheuern die mit einem kämpfen und vor allem weil man im späteren verlauf des spiels auch edelsteine hat die man in die verschiedenen items einsetzen kann und somit ein extrem vielfältiges system hier hat um das ganze ausgeklügelt an die spitze zu bringen es ist wirklich köpfchen gefragt aber auch aktive spielleistung und somit einfach ein perfekter rhythmus und eine perfekte mischung an spiel wie man es sich wünscht eine weitere besonderheit an shakes und fidget ist auch dass hier egal in welchem system immer ein kleines extra cooles feature hat wie zum beispiel hier dass ihr einfach eine kleine charakterbeschreibung hinzufügen könnt als beispiel könnte ich jetzt schreiben ich bin first daiko freue mich auf die gemeinsame zeit so dann kann ich hier enter drücken und dann ist das ganze auch gespeichert und wenn jetzt jemand auf mein profil kommt kann er eben quasi meine biografie lesen und das wird natürlich in dem einen oder anderen reitpunkt eben auch spaß wenn man sich hier eben eine lustige biografie ausdenkt so viel aber zu den grundlagen ich würde sagen wir besprechen jetzt noch die anderen fehlenden reiter nämlich den nächsten punkt die gilde was auf jeden fall 0,0 außer acht zu lassen ist denn die gilde ist so wie in jedem spiel eigentlich das wichtigste was man haben kann denn ich finde tatsächlich dieses gilden zusammen sein dieses miteinander spielen und die sachen die möglich gemacht werden durch die entwickler die durch die gilde quasi ausgeführt werden sind somit das game entscheidendste etwas was ein game wirklich braucht und das hat shakes und fidget definitiv erfüllt gerade ich als gilden freund und als zusammen und social freund der hier gerne mit anderen unterwegs ist ist total begeistert von diesen gildensystem denn tatsächlich ist es so dass eine gilde aus 50 mann besteht die die möglichkeit habt mit der gilde gemeinsam eben andere gilden anzugreifen die ihr euch sogar selber auswählen könnt und gespiegelt natürlich auch gegen andere gilden euch verteidigen könnt und das ganze ist relativ cool gemacht denn jeder muss sich einzeln anmelden zum kampf und auch einzeln anmelden zur verteidigung das heißt diejenigen die eben bei einem gildenkampf oder bei einer verteidigung nicht online sind und nicht auf das schwert oder auf das schild drücken um bei dem ganzen eben aktiv dabei zu sein wirken eben leider nicht mit zudem hat man außerdem noch die möglichkeit eben richtig tolle raids durchzuführen wo man gegen verschiedene raid gegner kämpft und tatsächlich ist das ganze auch so gestaltet dass man als gesamte gilde dagegen kämpft das heißt es fängt immer der schwächste an und wenn derjenige down ist kommt eben der nächste so sieht man also gemeinsam jeden einzelnen in der gilde kämpfen und es lohnt sich tatsächlich auch zu grinden weil man den anderen auch ein bisschen was zu zeigen hat außerdem gibt es im laufe des spiels dann auch noch ein dämonen portal was man eben ab stufe 99 dann betreten kann wo man dann auch einfach täglich draufhauen kann und wenn das ganze besiegt ist gibt es einfach einen neuen gegner am nächsten tag und das ganze gibt nochmal extra belohnungen ähnlich wie auch beim charakter habt ihr hier die möglichkeit eben eine gilden beschreibung hinzuzufügen aber habt auch die möglichkeit eben die gilde auszubauen das ist auch wieder ein sehr besonderer punkt in meinen augen denn jeder einzelne der gilde muss mitwirken damit die gilde als gesamtpaket auch stark wird denn ihr habt die möglichkeit hier tatsächlich euren gold schatz und lehrmeister auszubauen das bedeutet quasi wenn wir das jetzt hier leveln dann sorgen wir dafür wie ihr seht dass die gildenmitglieder nämlich insgesamt 0,4 prozent gold bonus mehr bekommen wenn wir das leveln erhöht sich das ganze natürlich bis ins unermessliche das heißt wenn jeder einzelne das levelt als beispiel wenn jetzt zehn leute eben den gold schatz auf skill 5 ausgebaut hätten dann würde ich jedes einzelne gildenmitglied an der stelle eben zehn prozent zusätzliches gold auf seine expedition bekommen und ihr könnt euch selber ausrechnen wie krass das ist wenn wirklich alle 50 leute an der stelle dort mitmachen außerdem gibt es später noch die möglichkeit ein eigenes gildenpad also ein so genanntes maskottchen für die gilde zu haben was ihr eben auch pflegen und hegen müsst und was eben auch noch mal zusätzlich mit euch im greift zudem habt ihr noch die möglichkeit ein richtig cooles logo zu designen was auch anders ist als bei anderen spielen habt ihr hier eben eine sehr vielfältige auswahl also ihr könnt ihr wirklich alles mögliche anpassen wie ihr wollt von farben bis zu formen von verschiedenen symbolen und zeichen habt ihr wirklich alles dabei und könnt euer vielfalt hier freien lauf lassen auch ein sehr wichtiger punkt in meinen augen denn ich finde eine gilde sollte immer sehr individuell gestaltet sein und damit euch die kommunikation natürlich auch nicht fehlt dadurch dass man in dem spiel ja nicht sprechen kann habt ihr direkt rechts an der seite auch ein gilden chat wo ihr zum beispiel einfach schreiben könnt bin jetzt online und mit den anderen an der stelle hätten könnt also richtig richtig toll dass man hier auch direkt die möglichkeit hat mit seinen klaren kameraden zu kommunizieren und sich somit auch auszutauschen wenn man gerade eben ein disco zur verfügung hat oder kein discord freund sein sollte wenn wir aber auch direkt beim punkt kommunikation sind kommen wir direkt auch zum nächsten reiter links in unserer liste nämlich das sogenannte post system auch das ist wieder sensationell denn bei diesem post system kann man zum einen eben als die gildenanführer oder als den stellvertretenden anführer und den rang den es eben noch so gibt rund nachrichten an die gilde verschicken so dass jedes gildenmitglied eben eine spezielle nachricht in seinem postfach bekommt und zusätzlich kann man eben noch persönliche nachrichten verschicken an bestimmte spieler eben zum anwerben für die gilde dann bekommt ihr update nachrichten und alles mögliche was einfach so am start ist außerdem findet man hier im e mail postfach eben noch die aufgezeichneten kämpfe die man eben alle so durchgeführt hat egal ob jetzt dungeon gegner oder normale gegner in der arena außerdem sieht man auch ob man angegriffen worden ist oder eben nicht in gilden kämpfe werden ebenfalls aufgezeichnet und alles was ihr quasi an aktiven sachen oder passiven sachen betreibt was mit kämpfen zu tun hat in den ihr in diesem weiter der dritte reiter das sind quasi eure freunde wo ihr selber eure freunde noch mal als übersicht habt und hier seht ihr auch schon selbst das menü wenn man auf plus geht hat man hier die möglichkeit diesen spieler noch mal extern der arena anzugreifen man kann den spieler auch ignorieren falls euch mal jemand auf den nerven geht an seinen eigenen charakter sogar mit diesem spieler vergleichen und somit noch mal seine werte gegeneinander irgendwo in die waage halten hat die möglichkeit eben seine charakterwerte umzuschalten dass man eben seine beschreibung sieht oder so sieht man eben seine statistiken wenn ihr eben level 10 erreicht habt dann habt ihr hier noch einen kleinen briefumschlag wo ihr denjenigen an der stelle eben noch privat anschreiben können also ziemlich cool gemacht und das ganze erinnert uns natürlich auch so ein bisschen an so ein kleines e mail postfach was sehr übersichtlich gestaltet ist und auf jeden fall auch wieder so den einen oder anderen reiz mit sich bringt tatsächlich auch mal aktiv mit anderen leuten zu kommunizieren der nächste punkt ist die ehrenhalle und in der ehrenhalle oder besser gesagt einfach rangliste sieht man quasi alle spieler die sich hier befinden mit der aktuellen platzierung klasse gilde stufe und erreichter ehre das heißt man hat hier eine genaue übersicht für jeden einzelnen spieler und kann diese einzelnen spieler auch anklicken um zu sehen ob die was haben die denn jetzt gerade was haben die für attribute am start in welcher gilde sind die beigetreten und kann diese dann auch direkt über dieses menü was wir gerade schon besprochen haben kontaktieren diese ranglisten gibt es für gilden festungen pets und die unterwelt die wir schon besprochen haben und somit hat man hier auf jeden fall sehr viel möglichkeiten verschiedene ranglisten zu dominieren und der grind factor ist auf jeden fall sehr sehr hoch ganz abgesehen von der spieler anzahl wie ihr hier schon seht indem ich 25.576 plus brauchen wir gar nicht darüber reden dass das definitiv einzigartig ist denn kaum ein online spiel wie dieses hat so eine hohe anzahl von spielern auf einem server und was ist natürlich das wichtigste an so einem spiel richtig mit konkurrenten und mit spieler gegen die man sich beweisen kann der letzte punkt den ich euch hier im bereich grundfaktoren oder den basics von shakes and fidget zeigen möchte ist auch der letzte reiter nämlich das glücksrad wo ihr die möglichkeit habt quasi jeden tag ein paar mal dran zu drehen und ihr seht schon selbst man hat hier dann die möglichkeit ein oder andere belohnungen zu snacken und man kann sogar pilze bekommen was hier in shakes und fidget als echt geld währung gilt und direkt beim thema echt geld angekommen möchte ich euch auch direkt zeigen wo das ganze überhaupt aufladbar ist dazu geht ihr nämlich einmal hier auf das plus und habt hier quasi die möglichkeit verschiedene pilze zu erwerben das ganze lohnt sich aber definitiv mehr über die originale website oder offizielle website von shakes und fidget zu holen falls ihr das ganze mal in zukunft anstrebt aber auch dazu mache ich euch noch mal ein gesondertes video deswegen über stürzt nichts aber einfach dass ihr das ganze mal gesehen habt wenigstens wisst ihr jetzt zumindest über die währungen bescheid denn gold ist quasi in game währung die durch expeditionen etc gefunden und benutzt werden kann die pilze sind die echtgeld währungen mit dem man quasi noch mal den gewissen extra boost wenn man es manchmal eilig hat oder bestimmte sachen schneller benötigt nutzen kann zur verfügung hat die man aber by the way auch in expeditionen glücksrädern etc überall finden kann und es immer mal wieder verschiedene events gibt wo man das ganze dann auch umsonst bekommen das heißt ihr habt auch die möglichkeit definitiv das ganze free to play anzugehen und seid nicht darauf angewiesen wie bei anderen spielen wirklich zwingend zu cashen und die dritte währung eben hier diese glücksmünzen die halt für das glücksrad zur verfügung sind und die ihr außerdem nutzen könnt um euch eben ein paar reib sand ohren zu kaufen das ganze ändert sich ja auch immer jede woche das heißt ihr habt jede woche neue coole angebote und das ganze variiert ein bisschen so dass das nicht stumpf und steif fest ist dass ihr hier immer nur dasselbe kaufen könnt an der stelle angekommen und die basics quasi besprochen würde ich euch jetzt ganz kurz mal ein teaser video einblenden wo ihr auch mal so ein bisschen seht was euch im laufe der zeit in dem spiel noch erwarten wird denn das ganze bringt wirklich sehr viel abwechslung mit sich und auf jeden fall genug spaß und auf jeden fall auch genug aktivität die ihr hier in dem spiel aufbringen könnt deswegen seid einfach gespannt schaut euch das teaser video an und anschließend verrate ich euch noch den einen oder anderen weg welche euch noch mal zusätzlich im spiel erwarten wird ein 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 Wieder angekommen und zurück vom Teaser Video hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall genauso on fire seid wie ich und genauso Bock habt auf Shakes and Fidget, ich denke man spürt das ganze auch wie sehr ich da wirklich Lust drauf habe, möchte ich euch an der Stelle trotzdem noch so ein paar Facts nennen, die jetzt nicht im Teaser Video zu sehen waren, denn es gibt halt tatsächlich noch die ein oder anderen besonderen Sachen, die immer nur zu bestimmten Zeiten auftreten, denn zum einen ist es so, dass in Shakes and Fidget immer mal wieder bestimmte Easter Eggs auftreten, damit meine ich zum Beispiel, dass auf dieser Dorfkarte hier eben das ein oder andere Mal vielleicht so ein kleines Männchen auftaucht, was euch bestimmte Überraschungen mit sich bringt, die ganz besonders sind und um euch das ganze nicht so vorweg zu nehmen, würde ich sagen, lasst euch an der Stelle einfach mal überraschen und lasst das ganze mal auf euch zukommen, aber was ich euch sagen kann ist, dass auch verschiedene Events mit sich kommen, wo man zum Beispiel mal doppeltes, dreifaches oder auch vierfaches Gold auf den Expeditionen bekommt, wo man halt mal ein XP Event hat, wo man das doppelte oder dreifache an Erfahrungspunkten bekommt, außerdem gibt es halt auch mal Events, wo man einfach Pilze auf Expeditionen die ganze Zeit findet und eine erhöhte Drop Rate davon hat und auch bestimmte verschiedene spezielle Dungeons, zum Beispiel den Legendary Dungeon, wo man wirklich im Dungeon drin ist und die Entwickler da ganz, ganz große Mühe reingesteckt haben, um was ganz Großes zu erschaffen, denn da ist es tatsächlich so, dass ihr auch richtig in den Dungeon reingeht als Person und euch zum Beispiel entscheiden müsst, welchen Weg ihr lang geht, irgendwelche Türen wählen müsst, dann Aktionen wählen müsst, wie zum Beispiel, greife ich jetzt den Gegner an, schleiche ich mich vorbei, öffne ich jetzt die Kiste, die da steht, gehe ich jetzt vorbei, was einfach so eine richtig geile Atmosphäre bietet und einfach wie eine Art Brettspiel ist, was aber unnormal cool ist, dadurch, dass ihr eben in diesem eigenen Charakterstil sogar in dem Spiel dabei seid. Außerdem wird es im Laufe des Spiels noch einen Fahrstuhl geben, den sogenannten Elevator, der jetzt gerade hinter mir, hinter meinem Stuhl hier versteckt ist, aber sowieso, wenn ihr gerade neu seid, unter Konstruktion steht, also noch gar nicht einsatzbereit ist, der euch aber später auch nochmal zusätzlich Spaß mit sich bringt, denn da wird man tatsächlich mit der Gilde gemeinsam um zum Beispiel ein cooles Profilbild ringen, um ein Rahmen ringen oder einen Hintergrund von deinem Profilbild und hat somit nochmal eine richtig coole Option, mit der Gilde gemeinsam was zu reißen. Und selbst das ist nicht alles, aber es gibt einfach viel zu viel in diesem Spiel, um euch das alles einmal aufzulisten, deswegen würde ich sagen, ich denke, ihr seid hyped genug, Ich freue mich auf jeden Fall einfach mit euch gemeinsam das Projekt in wenigen Wochen schon zu beginnen und eine gemeinsame geile Zeit mit euch zu haben. Ab jetzt sind die Basics auf jeden Fall besprochen, ihr habt einen Überblick darüber, welche Klassen es so gibt, welche Völker man wählen sollte und wir haben gemeinsam uns mal das Dorf angeschaut mit den ersten Facts, die es so geben wird. Ab jetzt folgen wirklich nur noch Videos, die euch auf unser großes Projekt vorbereiten und die euch so ein bisschen Top-Secret-Tipps zeigen, zum Beispiel eben Tierlisten oder auch Event-Zeitlisten, wann welche Events kommen, wann welche Glücksräder kommen oder Daily Logins. Also wirklich nur noch Videos, von denen ihr wirklich einen großen Nutzen habt. Ich freue mich also aufs nächste Video und ich würde sagen, bis dahin! Bis zum nächsten Mal!